Dagegen hier eine traumhafte Abkühlung mit einem Sprung ins Meer oder in den See. Einige Badegäste an der Ostsee machen sich allerdings gerade Sorgen. Nach einer Infektion mit Vibrionen ist eine ältere Frau gestorben. Vibrionen sind Bakterien, die im Salzwasser vorkommen. Und jetzt sind Bakterien ja nichts Ungewöhnliches. Auch Blaualgen vermehren sich bei hohen Temperaturen. Die Gefahr durch Vibrionen ist sehr gering. Traumhafte Badebedingungen seit Wochen an der Ostsee. Wassertemperaturen über 20 Grad. Doch genau da lauert die Gefahr, Vibrionen können sich ausbreiten und wie im aktuellen Fall sogar zum Tod führen. An welchem Ort, das will das Landesgesundheitsamt Mecklenburg-Vorpommern nicht sagen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen heißt es. Auch keine Informationen darüber, wo sich die weiteren vier Personen angesteckt haben. Fest steht, infizieren können sich vor allem Menschen, die gesundheitlich schon angeschlagen sind. Ältere Leute, Alkoholkranke Menschen, Menschen mit einem Leberschaden, natürlich mit einem Diabetes auch. Also das sind all die, die im Grunde ein geschwächtes Immunsystem haben. Vibrionen sind Bakterien, die schwere Infektionen verursachen können. Symptome einer Infektion sind Schüttelfrost, Durchfall, Fieber und blasenbildender Hautausschlag. Es braucht eine Eintrittspfarte. Das ist in aller Regel eine Hautverletzung, welcher Form auch immer. Das kann eine Schnittwunde sein, das kann aber manchmal auch ein bisschen so entzündeter Mückenstich sein, nachdem man ordentlich gekratzt hat oder wie auch immer. Oder man ist in eine Scherbe getreten oder wie auch immer. Also solche oberflächlichen oder auch tieferen Hautverletzungen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales betont, dass für gesunde Menschen die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, gegen Null tendiere. Wer eine Infektion vermutet, sollte schnellstmöglich zum Arzt. Seitdem die Vibrionen vor 16 Jahren das erste Mal in den Fokus der Wissenschaftler gerückt sind, hat es acht Todesfälle gegeben. Vielen Dank.